Ich freue mich, dass Sie beim heutigen 3. Unternehmerdialog dabei sein können. Mit dem Unternehmer und renommierten Zukunftsforscher Karl-Heinz Land erwartet Sie ein spannendes Programm. Viele Ihrer Kollegen lassen sich diese Veranstaltung auch nicht entgehen. Kommen wir gemeinsam ins Gespräch. Wir sehen uns am 1. Juni 2017 um 16.30 Uhr in der Cloud Lounge im Casino Bregenz. Ich freue mich sehr auf Sie. Mehr Informationen zum 5. Unternehmerdialog finden Sie unter www.reiberbregenz.at Unternehmerdialog 2017